Ich hatte damals einen Kumpel aus dem Fitnessstudio, der Erfahrung hatte, sowohl mit dem Konsum, mit Steroiden, als auch auf der Wettkampfbühne. Und er meinte, Markus, hör zu, wenn du mithalten möchtest und wenn du an die Spitze möchtest, sei es in Deutschland oder in die Weltspitze, dann kommst du da nicht drum herum. Und dann stehst du vor der Entscheidung, ja, mache ich das jetzt? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute hier aus dem Gym 52 mit Markus Hoppe, Profi-Bodybuilder und sehr erfahrener Wettkampfathlet. Ihr seht, meine Videos kennt ihr ja schon. Wir machen jetzt so ein bisschen eine neue Reihe. Es geht darum, aktuelle, heiße Themen mit strafrechtlichem Bezug so ein bisschen aufzuarbeiten und da sind wir eben auf das Anti-Doping-Gesetz gestoßen. Wie jeder weiß, Bodybuilding hat sich zu einem Massenphänomen entwickelt und dementsprechend hat man es immer häufiger auch im privaten Bereich sozusagen mit solchen Anfragen zu tun oder eine große Unsicherheit herrscht und dem wollen wir begegnen heute. Markus, kannst du dich ja erstmal kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt? Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, die du mir da bietest, dass wir da aufklärende Arbeit leisten können mit gewissen Hintergrundinformationen, die du eingeholt hast und mit den Informationen, die ich habe, die ich mir über die Jahre angeeignet habe. Ich mache den Sport seit 20 Jahren, bin ich in der Szene unterwegs und bin da auch als Jugendlicher reingerutscht, würde ich sagen und bin dann auch irgendwann mit Steroiden in Kontakt gekommen, war natürlich auch sehr blauäugig, habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, wie wahrscheinlich die meisten Jugendlichen auch, wird es denen so ähnlich gehen wie mir. Man informiert sich da auch gar nicht darüber, wie die Rechtsgrundlage aussieht, sondern man möchte einfach diesen Sport betreiben und möchte Erfolg im Sport haben. Da denkt man erstmal nicht primär über solche Themen nach, wie mache ich mich eigentlich strafbar, weil das ist ja mein Körper, deswegen geht es sonst was an und deswegen erstmal vielen Dank, dass wir hier so ein aufklärendes Video überhaupt produzieren und ich glaube, es wird sehr, sehr große Wellen schlagen, denn sowas gab es meiner Meinung nach noch gar nicht. Ja, also ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert und das Ziel hier ist so ein bisschen auch jedem Zuschauer die Möglichkeiten an die Hand zu geben, selber so ein bisschen sich schlau zu machen. Also es ist nicht jeder Jurist, aber ich bin überzeugt, jeder könnte Jurist sein, man muss eigentlich nur lesen können und deswegen besteht meine Aufgabe so ein bisschen darin jetzt einfach das Gesetz vorzustellen, ja, anhand von dem man sich eventuell strafbar macht. Und das ist halt relativ einfach, wenn man Anti-Doping-Gesetz googelt, dann öffnet sich irgendwo mal dann ein PDF, sollte halt jeder mal machen und bitte ich auch jetzt hier einzublenden einfach, dann kann man das zusammen mal durchgehen eben. § 1 Zweck des Gesetzes, ja, Chancengleichheit im Sport, Integrität, Gesundheit der Sportlerinnen und dergleichen, um es gleich mal vorwegzunehmen, meines Erachtens geht es in der Praxis darum nicht mehr. Also Aufhänger für dieses Gesetz und den Vorgänger fürs Arzneimittelgesetz und die Strafvorschriften dort waren, das ist oft so eben gesellschaftliche Ereignisse, immer dann, wenn irgendwie die Presse über irgendwas berichtet, das war damals vielleicht vor 20 Jahren irgendein Ratsskandal, Tour de France oder sowas, dass da dann wieder drüber geredet wurde, muss das denn sein oder muss man da nicht was tun als Gesetzgeber, als Regierung, kann man das einfach so den Sportlern überlassen? Also es ging um wirkliche Leistungssportler, ja, aber im Ergebnis jetzt an der Front sozusagen der Polizei und Staatsanwaltschaften und Anwälte sind eigentlich ganz normale Konsumenten, sage ich jetzt mal, Sportler, die halt ins Fitness, in McFit gehen und halt sich noch im Internet irgendwie 10 Ampullen von sonst was bestellt haben und sich deswegen auch strafbar machen. Und wenn man sich das Gesetz so ein bisschen anschaut, ist meines Erachtens auch auffällig, dass so ein bisschen ein falscher Schwerpunkt gelegt wird. Wenn man das so liest, denkt man halt, okay, Doping im Wettkampfsport ist strafbar und dass sich aber im Endeffekt fast jeder strafbar macht, der auch nur kleinste Mengen da hat. Das ist so ein bisschen versteckt. Also das sollte man halt wissen eben, wenn man sich jetzt einfach diesen Paragraf 2 anschaut, da muss man dann schon nach ganz unten gehen. Absatz 3, es ist verboten und so weiter, einen Stoff in nicht geringer Menge, ja, in nicht geringer Menge zum Zwecke des Dopings bei Menschen im Sport zu erwerben, ja. Und dann gibt es einfach ein Paragraf weiter, die Strafvorschrift und da wird es schon interessant, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft bis zu drei Jahren, hoppla hopp, ja, also da geht es schon rund, ja. Und dann halt interessant eben für uns die Nummer 3, wo dann halt eben diese Besitzstrafbarkeit, genauso Erwerb erwähnt ist und das ist halt dann eben die Kombination, ja. Man hat eine Paragrafenkette, Paragraf 1, Nummer 3 zusammen mit dem und dann muss man nur noch wissen, was ist denn jetzt genau verboten, nicht? Also da steht einfach nur Dopingmittel und Dopingmittel in nicht geringer Menge und im Sport. Also das ist auch eine Besonderheit. Am ehesten vergleichbar ist das Gesetz natürlich mit dem BTMG, Betäubungsmittelgesetz und da hat man halt auch im Anhang so Listen, was denn jetzt alles Klasse 1 Betäubungsmittel ist, was Klasse 2 und so und dann weiß man halt THC, Heroin, keine Ahnung, Morphium fällt halt drunter und es kommt aber nicht auf einen Zweck an. Also das ist ja auch eine Besonderheit, im Betäubungsmittelgesetz steht ja nicht drin, wer Kokain zum Zwecke des Spaßes mit einer Frau oder um besser Party zu machen besitzt, der macht sich strafbar, sondern es ist einfach jeder besitzt strafbar. Das ist ein Vorteil, da kommen wir später darauf, wie man so ein bisschen sozusagen sich auch absichern kann oder wo man Möglichkeiten suchen kann, dass man hier nicht im Konflikt gerät und das können wir vielleicht jetzt zusammen einfach durchgehen. Man muss dann weiter, also im Gesetz steht da nicht, welche Stoffe jetzt eigentlich gemeint sind. Man kommt dann irgendwann auf diese Verordnung, da hat man halt einfach eine Liste von Stoffen und man hat die nicht geringe Menge definiert, weil gering kann ja jeder selber sich überlegen. Im BTMG ist es so, da hat man auch nicht gewusst, was ist jetzt nicht geringe Menge, vor allem es kommen immer neue Stoffe dazu und da ist es so, dass da auch schon Gerichte einfach was berechnet haben und dann halt sagen, also beim Crystal, das ist so hochpotent, da reicht halt, keine Ahnung, ein Gramm ist dann schon nicht geringe Menge, beim Kokain sind es fünf Gramm. Aber hier bei uns im Dopingbereich, da ist es eben so, man hat eine eindeutige Liste an anabolen Stoffen, habe ich dir vorhin gezeigt, also hast du vorher wahrscheinlich nie reingeschaut, Markus, oder? Also, ja, und das ist halt, also ich kenne die ganzen Stoffe nicht. Also, wie du gesagt hast, ich habe mir die Liste mal durchgeschaut und die Standards, die eigentlich jeder kennt, der eine erfolgreiche Vorbereitung mal gemacht hat, da ist das natürlich alles drin. Dann gibt es aber auch Substanzen, die ich noch nie gehört habe und das Lustige ist, wie du es kurz angekratzt hast, sind tatsächlich die Angegaben nicht geringer Menge an Dosierungen. Und da gibt es einen sehr großen, oder macht es einen sehr großen Spagat, muss ich gestehen, von Substanzen, wo ich sage, okay, gut, das ist die nicht geringe Menge, mit der Menge, wenn du die jetzt nimmst, kannst du auch wirklich keinen Schaden anrichten. Und dann sind aber wieder Substanzen da, wo die nicht geringe Menge schon eine relativ hohe Menge ist, wo ich sage, ja gut, also wenn das keine nicht geringe Menge ist, verstehe ich dann, das ist im Vergleich zu anderen Substanzen nicht. Aber unterm Strich ist es so dosiert oder so angegeben, dass du mit dem, was da draufsteht, nicht viel anrichten kannst. Also wenn das erlaubt ist, zu Hause bei sich zu haben, dann kann man da nicht viel machen. Also da kannst du dich weder gesundheitlich schädigen, noch kannst du großartig jetzt Erfolge damit erzielen. Da haben sie schon ein bisschen was dabei gedacht, aber nicht zu Ende gedacht. Man muss dazu sagen, also es gab von Anfang an große Kritik an dem Gesetz, noch bevor das eingeführt wurde, gab es natürlich wichtige Stimmen. Die Juristen, Professoren, die auch gesagt haben, was soll das, man erreicht den Zweck eh nicht und warum soll man den Leuten da reinreden? Die Selbstschädigung soll eigentlich ja auch unter das Grundgesetz fallen oder die allgemeine Handlungsfreiheit. Warum muss mir der Staat vorschreiben, wie viel Stoff ich vertrage oder wie viel nicht? Und es ist auch eine gewisse Unehrlichkeit dabei, weil offiziell, so ist im BTMG auch bei den Drogen, der Besitz ist nur deswegen strafbar, also verfassungsrechtlich argumentiert man da so, nicht weil du dich selber schädigst, sondern weil die Gefahr besteht, dass du, weil du so viel davon da hast, dass halt dein Nachbar, der gerade zu Besuch ist, auch was davon abbekommt oder so viel da ist, dass du, dass eigentlich die Leute vermuten, du dealst damit. Ja und das ist der Grund und die gleichen Gründe werden hier angeführt. Und ich habe hier auch so eine Evaluierung dabei, also der Bundestag, die Regierung hat sich überlegt, nach ein paar Jahren haben wir das Gesetz hier in der Anwendung, wir gucken mal, was hat die Polizei, was haben die Staatsanwaltschaften draus gemacht und wie bewerten wir das alles? Und da haben die Experten dann auch gefragt, ja, sollte man vielleicht diese nicht geringen Mengen ein wenig anheben? Weil eigentlich geht es ja nur um den Eigenkonsum bei den meisten. Und da haben die gesagt, nö, einfach weil es schädlich ist, das wollen wir halt nicht. Also da gab es auch keine richtige Erklärung, weil zum Beispiel, weil es halt tatsächlich die Chance gibt, dass man unter die nicht geringe Menge fällt, hat die Polizei zum Beispiel das angefangen und das ist gängig, das ziehen die durch. Wenn man jetzt verschiedene Fläschchen hat, einmal Trenbolon, Nandrolon und Testo und das war jetzt so der Stack und man hat jetzt so viel schon davon verbraucht und dann kommt die Polizei und dann hat man tatsächlich, ist man unter der nicht geringen Menge und dann zählen die einfach die Fläschchen zusammen. Also dann, und sogar das ist zulässig, was wirklich unfair ist, also man kommt praktisch gar nicht mehr drunter und dann hat man dann halt doch die nicht geringe Menge. Ja, das ist alles von den Experten hier gedeckt, aber gucken wir uns vielleicht mal diese nicht geringen Mengen an, einfach damit auch jeder weiß, also muss ja die Chance haben, dass er irgendwie sich nicht strafbar macht. Also was ist so das Übliche hier? Also zum Beispiel nehmen wir hier aus der Liste oder Exogen, Anabolen, Androgen, Steroide, haben wir den Wirkstoff Boldenon, der ist sehr beliebt bei vielen Bodybuildern aufgrund verschiedener Eigenschaften und der wird hier, Bolden, richtig, im Volksmund, Bolden und der wird hier mit 1000 Milligramm deklariert. 1000 Milligramm von dem Wirkstoff, ich möchte jetzt keine Dosierung insofern oder niemanden dazu anstiften, zu sagen, okay, die Menge kann ich in der Woche nehmen, aber das ist schon relativ wenig. Also was ist üblich, wenn jetzt jemand Boldenon, fährt man das only Boldenon? Nein, also man macht ja einen Stack und man orientiert sich so zwischen 1,2 und 1,7 Gramm in der Woche, ist so ein Richtwert, wo man sagen kann, wenn man dann eine Kombination fährt und auf die Gesamtsumme kommt von 1,4 Gramm, ist das überhaupt nicht viel. Also da kannst du einen guten Fortschritt mit erreichen, ohne dich jetzt im hohen Risiko auszusetzen, dass deine Gesundheit nach dieser Kur, man fährt das meistens Kur lang zwischen 12 und 15 Wochen, sich da gesundheitlich zu schädigen. Ich habe aber noch eine gute Nachricht, also es ist auch nicht 1000 Milligramm immer, was 1000 draufsteht. Es gibt nämlich noch, das ist auch für euch relativ easy zu handeln, also es gibt von der Sportuni Köln so eine Umrechnungstabelle, Excel, und da ist sozusagen eine ähnliche Liste wie diese Verbotsliste mit den nicht geringen Mengen, da kann man dann, das sind Umrechnungsfaktoren. Warum? Boldenon oder Testo ist oft nicht einfach Testo, sondern es wird in irgendwelchen chemischen Verbindungen verabreicht, in verschiedenen Esterformen und das ist auch nicht alles gleich wirksam. und tatsächlich hat der Gesetzgeber also darauf geachtet, dass wirklich auch nur der Wirkstoff gezählt wird. Das heißt, also wenn man da so Ampulle hat, ich weiß nicht, wie es bei Boldenon aussieht, 10 Milliliter Fläschchen oder was, also es gibt auch wahrscheinlich Gramm in einem Fläschle, und wenn da jetzt 1000 Milligramm, das ist ja unser, was haben wir hier, Boldenon 1000 Milligramm. Die übliche Handelsmenge ist so ein 10 Milliliter, 100 Milligramm, dann bist du genau bei 1000 bei einer Flasche. Da wären wir bei 1000, aber die gute Nachricht, wenn man jetzt Sportuni Köln auf die Seite geht und dann rechnet man das um, weil jeder Stoff hat da so einen Faktor zwischen 0,6 und 0,8 und wenn man das eben multipliziert, kommt man eigentlich drunter. Das heißt, selbst bei Bolden könnte man unter die nicht geringe Menge fallen und vor allem, wenn man eh schon was wegkonsumiert hat. Aber halt da, Tipp von mir als Strafverteidiger, also wenn man jetzt wirklich meint, nur so trainieren zu können, sollte man halt wirklich darauf achten, dass man zu Hause halt eben nicht so viel aufbewahrt. Und wo man das jetzt aufbewahrt, sei jedem selbst überlassen, auch überhaupt dieses Risiko einzugehen. Das Risiko ist nicht gering. Ja, also wir haben hier in Freiburg eine Spezialstaatsanwaltschaft. Es gibt wenige Staatsanwaltschaften in Deutschland, die so eine Spezialzuständigkeit haben. Das haben sie gemacht, weil ansonsten die normalen Staatsanwälte da sich zu wenig auskennen. Und da hat man jetzt aber eine, die kennen sich sehr wohl aus. Und die schicken das zum LKA. Also wenn man jetzt eine Hausdurchsuchung hat. Und da wird halt alles dann mitgenommen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man eben nicht allzu viel hat, also wenn man da jetzt wirklich nur die Wochenration oder sowas, was gerade noch so unter die nicht geringe Menge fällt, dann wird es vielleicht von den Beamten noch mitgenommen. Aber man hat noch die Chance, mit einem Anwalt dann da tatsächlich rauszukommen. Dass man überhaupt gar keine Strafe bekommt. Und ja, was sagst du sonst noch zu der Liste? Also ist hier alles abgedeckt? Also das kann ich halt auch schlecht allein beurteilen. Es ist ja so aufgebaut. Bitte gerade noch mal einblenden alles. Wir haben hier Anabol, Androgene, Steroide. Also die haben tatsächlich alles aufgelistet, was mir im Begriff ist. Und da sind auch Dinge dabei, die ich so noch nicht gehört habe. Ob das einfach nur die Substanz ist oder der Handelsname, die haben wir da hingestellt. Die haben das aufgelistet in Endogene, Steroide oder haben auch hier aufgelistet Sams und Serms. Also Östrogenblocker sind hier mit dabei. Also die gehen wirklich auf alles ein. War dir das klar, dass zum Beispiel auch Östrogenblocker? Weil Östrogenblocker werden, glaube ich, verwendet, um wieder rauszukommen aus so einer Kur. Oder? Kannst du dazu was sagen? Richtig. Also Östrogenblocker oder hier schreiben sie es unter Aromatasehemmer oder selektive Östrogenrezeptoren. Und es gibt einmal die Dinge, die es nur hemmen, reduzieren. Und es gibt welche, die blockieren das komplett. Und man wendet es eigentlich an, um in der Vorbereitung oder während man kurrt, keinen zu hohen Östrogenwert zu bekommen. Ein zu hoher Östrogenwert ist kontraproduktiv. Ein zu geringer auch genauso. Also man sucht immer seinen normalen Wert zu halten. Und dafür sind halt diese Substanzen da. Und ich hätte nicht gedacht, dass die auf der Liste stehen vom Antidopinggesetz. Ja, also das weiß vielleicht auch nicht jeder. Aber eben Vorsicht, die üblichen Präparate, Tamoxifen, Clomifen und da sind noch ein paar andere aufgezählt. Die sind dabei. Es ist mal sehr interessant, sich diese Liste vielleicht selbst runterzuladen. Das ist ja recht einfach, wie du erzählt hast. Auch da kann man mal die Mengen durchgehen, ob man da eine Chance hat, unter die nicht geringe Menge zu fallen. Also dass man sich wirklich nicht strafbar mit Tamox zum Beispiel macht. 600 Milligramm, was ist das für eine Dose? Also gerade jetzt hier bei Tamoxifen, 600 Milligramm, das ist schon ordentlich. Es liegt aber auch immer an der Person selbst. Ich brauche es zum Beispiel gar nicht. Andere brauchen da sehr viel, um sich wieder zu regulieren. Und mit 600 Milligramm bist du eigentlich echt gut draufgestellt. Also es ist mehr wie eine Wochenration. Was ist da eine übliche Tagesration? Ich würde mal sagen zwischen 30 und 60 Milligramm. 30 und 60 Milligramm heißt aber, das sind mindestens 10, 20 Tage. Genau. Und wir waren ja bei dem Testo so weit, da kann man eigentlich nicht mehr wie eine Wochenration zu Hause haben, ohne dass man über diesen nicht geringen Grenzwert kommt. Ja, da waren noch andere Stoffwechselmodulatoren. Weiß ich nicht, ob du dazu was sagen musst. Und mit Clomyphen haben sie mit dabei, mit einer ganz komischen Nummer 509 Milligramm. Das ist halt, wenn du in ein Rechenprogramm da eingehst. Was sehr interessant ist, ist auch, dass Insulin strafbar ist. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich dachte, Insulin kannst du zu Hause rumliegen haben, wie du willst. Wie gut, Insulin haben viele zu Hause. Ja. Das ist ja eine Volkskrankheit, Diabetes. Und hier ist die nicht geringe Menge 400 Einheiten. Und 400 Einheiten, das ist schon viel. Also da, wenn dann ein Stift hat, ein normaler Stift hat im Schnitt, glaube ich, 3 Milliliter, 100 Einheiten pro Milliliter, du bist bei 300 Einheiten pro Stift, dann hast du einen Stift daheim. Und nehmen wir mal an, du brauchst 10 oder 20 Einheiten am Tag, dann kannst du auch zwei Wochen gut damit umgehen. Gut, aber Insulin ist ein gutes Stichwort. Also es kann ja auch sein, dass jemand das zu Hause hat, weil er ein Rezept hat und weil er es tatsächlich braucht. Und das ist auch das Stichwort, was mich zum nächsten Punkt bringt. Wir hatten ja am Anfang gesagt, strafbar ist es, zu besitzen, zu erwerben, zu einem bestimmten Zweck, nämlich zum Doping im Sport. Und da haben wir halt mittlerweile, also wenn man jetzt da so unbefangen rangeht, würde man sagen, okay, nur wenn ich das nehme, um zu pumpen sozusagen, um größer auszusehen, definierter, dann wird das wahrscheinlich ganz glatt runterfallen. Aber ich weiß nicht, ob du da so Erfahrungen hast, sind wirklich alle Konsumenten darauf aus. Man wird ja auch älter zum Beispiel. Immer mehr Leute haben dann vielleicht auch Probleme, wenn sie es jahrelang genommen haben. Ist sowas denkbar, dass jemand auch aufgrund von Gelenkproblemen, Wirbelsäule, was weiß ich, jetzt eh keinen Wettkampf mehr macht, aber eigentlich auch schon keinen richtigen Sport mehr. Dass der vielleicht nur noch konsumiert, weil sonst sein Liebesleben darunter leiden würde. Also ich hatte solche Fälle in meiner anwaltlichen Praxis. Natürlich war das mal ein Bodybuilder, natürlich hat er mal sonst was für Ambitionen gehabt, aber irgendwann hat er das vielleicht auch nur aus Gewohnheit genommen, weil er sonst Depressionen kriegt. Das ist ja auch so ein Thema. Ist das ein Thema im Bodybuilding-Bereich? Das ist ein ganz großes Thema. Also das, was du jetzt ansprichst, gerade mit Athleten, die vielleicht ihre aktive Zeit hinter sich haben und jahrelang konsumiert haben, wird der größte Teil Schwierigkeiten haben, seine eigene Testosteronproduktion, seine Achse wieder zum Laufen zu bringen. Wenn das der Fall ist, dass sie es nicht mehr hinbekommen, dann bist du gezwungen, eine Hormonersatztherapie zu machen. Denn sonst hast du gar kein Testosteron mehr im Körper. Und dann passieren Dinge, wie du sie angesprochen hast, mit Depressionen, die Lipido geht komplett flöten. Aber da könnte ich mir halt vorstellen, also ein Arzt hat dann auch keine Schwierigkeiten demjenigen, wenn die Achse sozusagen so platt ist, dass der kein Testosteron mehr selber produziert, wird es wenige Ärzte geben, die dann sagen, du kriegst trotzdem kein Testo, weil du willst damit irgendwas Böses machen. Das heißt, der wird wahrscheinlich aber eine geringe Dose kriegen. Der wird eben nicht diese Dosen kriegen, die er gewöhnt ist. Und dann stellt sich aber auch die Frage, bringt ihm das noch so viel? Also wenn der wirklich an sein ganzer Körper ist es gewohnt, also da wird man ja auch eine gewisse Resistenz entwickelt haben. Und wenn der dann vom Arzt so eine Änderntat bekommt, Monatsspritze oder sowas, ob ihm da wirklich damit geholfen ist. Und dann würde dieserjenige, wenn ihm das zu wenig ist, vielleicht tatsächlich auf die Idee kommen, wieder, ich fahre jetzt trotzdem mal wieder eine Kur, auch wenn ich jetzt wegen meiner Wirbelsäule gar nicht mehr ins Studio gehe. Aber ich weiß, ich funktioniere dann besser, ich mache das jetzt trotzdem. Aus meiner Sicht hat derjenige sich dann nicht strafbar gemacht, weil er hat dann zwar die nicht geringen Mengen und alles Mögliche, weil er das für sechs Monate aufbewahrt zu Hause, aber er macht es nicht für den Sport. So sehe ich das. Es wird in der Praxis schwierig sein, mit so einer Argumentation durchzudringen, weil da gibt es zum Beispiel Entscheidungen, relativ neu, Landgericht München vom 21.02.2020, Eigenkonsum und Großhandel. Und die sagen dann halt einfach unerheblich, wo die Leistungssteigerung eintritt, ob Freizeit oder professionell. Also ich hatte auch schon Richter, die dann so ein Zwiegespräch wie so ein Verhör dann machen und derjenige sagt, er macht es wegen seiner Wirbelsäule oder wegen Sex. Und der Richter nagelt ihn dann fest auf ein Facebook-Bild und sagt, ja, aber da waren Sie auch im Studio. Oder Sie haben es schon auch wegen den Muskeln gemacht, weil die Muskeln wachsen ja mit, wenn das jetzt jemand wegen Sex macht, aber die Muskeln... Und er trotzdem trainiert? Oder vielleicht trotzdem einmal im Monat dann auch trainiert und dann sagt der Richter, jetzt habe ich dich, du hast ja doch zum Zweck im Sport gemacht. Also da sieht man halt auch dieses Gesetz, das ist ein wenig komisch, auf was für Diskussionen man dann kommen kann. Aber so ist es halt letztendlich, es gibt diese Möglichkeiten, dass man sich nicht strafbar macht, aber das muss man halt mit einem Anwalt halt eben besprechen. Therapien, habe ich ja gesagt, also das ist möglich. Ich weiß nicht, aus welchen anderen Gründen noch ein Arzt einem sowas verschreiben könnte, aber da ist ja auch die Palette so ein bisschen begrenzt, oder? Also wird es sich alles geben? Nein, nein. Also mittlerweile der offizielle Markt ist sehr eingebrochen. Es gibt noch ein Testosteron, da gibt es verschiedene Hersteller. Es gibt natürlich die Östrogenblocker und solche Dinge. Und da wird es aber schon schwierig. Früher gab es noch das kurzkettige Propionat zu bekommen über das Rezept. Ich glaube, Dekadurabolin ist noch ein Medikament, was du in manchen Ländern per Rezept bekommst. Also wirklich nicht von einem Underground-Labor, sondern aus der richtigen Fabrik. Und da wird es aber schon wirklich schwierig. Wachstumsthermone, klar, die gibt es auch. Aber daran zu kommen über einen Arzt, ist fast unmachbar. Also du bist gezwungen, auf verschiedene Märkte zuzugreifen, um an die Substanzen zu kommen, die dich auch dann letztendlich weiterbringen. Die Ärzte, denke ich, sind auch nicht mehr so die weißen Götter wie früher. Wir haben es ja mitbekommen in der Pandemiezeit, wie Ärzte behandelt wurden, die sich nicht sofort eingereiht haben in die gewünschte Richtung, die vielleicht Zweifel hatten an Impfungen und sowas, die vielleicht das eine oder andere Attest, eine Maskenbefreiung ausgestellt haben. Den haben sie die Praxen durchwühlt und einzelne Ärzte auch verbannt. Es sind Ärzte auch abgehauen. Also dass man in einem Bereich, wo man sieht, politisch ist es nicht gewünscht, dass man da als Arzt da irgendwie rumtrickst, unwahrscheinlich. Aber es ist möglich. Kommen wir noch zu einem Punkt, also Hausdurchsuchungen und sowas. Ganz allgemein sagt jeder Anwalt, schweigen. Also es bringt nichts, da mit den Beamten irgendwie auf gut Freund zu machen, weil jetzt einer freundlich war, denen noch irgendwie einen Kaffee anzubieten und vielleicht dann anfangen zu plaudern. Also wenn man sich auch die Verteidigungsmöglichkeiten da offen halten will, immer schweigen. Wenn eine Hausdurchsuchung da ist, wird man nicht viel machen können. Da kann man sich den Beschluss anschauen und gucken, ob der nicht zu alt ist, ob wirklich genau bezeichnet ist, was durchsucht wird, nach was gesucht wird. Aber mit den Beamten selber wird man da nicht unbedingt wirklich vorankommen. Ich weiß nicht, sind Prohormone ein Thema im Bodybuilding-Bereich? Ja. Also ich selber habe wenig Erfahrung mit Prohormonen. Da fehlt mir einfach die Erfahrung oder auch das Wissen, um mit denen wirklich gut arbeiten zu können. Aber es wird immer mehr auch zum Thema. Oder auch hier Samens und solche Sachen, die werden immer beliebter. Hättest du jetzt aus dieser Liste ersehen können, ob da jetzt Prohormone drunter fallen oder nicht? Nee. Also das ist auch so eine Unsicherheit. Also Peptide, das ist ja Prohormone, werden hier nicht aufgelistet. Peptide. Oder habe ich die jetzt übersehen? Also es gibt doch Peptide-Hormone, Peptide-Hormone gibt es. Aber ich meine jetzt diesen ganzen oralen Bereich, irgendwelche, wie die alle heißen, Superdroll und Hardroll. Habe ich auf der Liste, ist nicht zu erkennen. Und ich weiß es auch selbst nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Also hier, da ist mir aufgefallen, am Ende der ersten Tabelle, da gibt es dann andere mit Anabol, Androgen, Steroiden, verwandte Stoffe mit 17-Alpha-Methyl-Struktur. Ich glaube, das ist so eine orale Struktur, oder? Ja. Also oral kannst du ja grundsätzlich fast alles oral zu dir nehmen. Auch hier jetzt Stanozolol, zum Beispiel im Volksmund auch Winstrol genannt. gab es früher nur von der Firma Zambu, glaube ich, hieß die, zur Injektion. Und die Underground-Labore, die aktuell so am Markt führen sind, produzieren die aber als Orales-Steroid. Also ganz schwer zu sagen. Jetzt hier zum Beispiel Peptide wie KGH-RP6 oder sowas, die habe ich hier nicht gefunden. Also das Problem ist halt auch, denke ich, im Netz wird alles Mögliche angeboten. Und für den Laien und auch für mich ist eigentlich gar nicht auf die Schnelle jetzt erfahrbar, ob es strafbar ist oder nicht. Problem, in anderen Ländern kann es ja auch legal sein. Also es kann ja sein, in den USA werden irgendwelche oralen Steroide legal gehandelt. Man kann über, was weiß ich, Amazon, ich weiß nicht, ob die da Vorkehrungen haben, man kann sich alles Mögliche bestellen. Aber hier ist halt relevant, ob es hier strafbar ist. Und da gibt es ganz gute Beispiele. Was die Thematik angeht. Und zwar gab es früher diese Booster, die wir hier auch im Regal haben. früher waren die mit Stimulantien angereichert. Also MDMA oder DMAA, DMAH und so. MDMA wahrscheinlich nicht, das ist Ecstasy. Doch, doch. Und ich glaube, die Anfangsbooster, die waren tatsächlich mit dem unveränderten Wirkstoff da drin, aber jetzt aktuell natürlich nicht mehr, aber nur leicht abgewandelt. Das heißt, sie hat nicht DMAA, sondern MDMA, sondern DMAA und DMAH. Und das ist in Deutschland verboten. Österreich und so, frei verkäuflich. Der Vorteil von so einer Liste ist, das habe ich fast vergessen zu sagen, dadurch, dass sich der Gesetzgeber festgelegt hat. Er tut es natürlich immer erneuern, er kann auch Stoffe hinzufügen, aber es ist eine gewisse Sicherheit da. Was dasteht, ist strafbar. Was nicht dasteht, ist nicht strafbar. Und das, meine ich, machen sich einige Händler zunutze. Das hat man im Drogenbereich ja genauso, dass man dann irgendwelche Cannabinoide abwandelt, dass man die chemisch, technisch irgendwie so verwandelt, dass die halt nicht mehr in diese Liste vom Betäubungsmittelgesetz fallen. Das sind so bei aktuellen HHC. Das ist doch gerade so ein Thema. Stichwort Designersteroide, würde ich sagen, heißt es dann. Designersteroide sind halt eben, ich glaube, man hat aus dieser frühen Zeit, wo man überhaupt mit sowas geforscht hat. Man forscht ja heute, glaube ich, nicht richtig mit Steroiden. Aber es gab so 50er Jahre oder auch DDR hat damit geforscht. Und dann gab es Stoffe, die man nicht verwendet hat, die man nicht in Produktion gegeben hat. Und da sind halt also sozusagen Fundgruben für so Pharmahersteller oder für so Labels, dass sie einfach irgendeinen Stoff nehmen, der nie so richtig in Umlauf kam und dass sie den halt neu auflegen und den wird man dann halt hier auch nicht finden. Ist eine ganz komplizierte Geschichte und vor allem bei diesen oralen Steroiden wird es schwierig sein. Aber es steht ja immer was auf der Zutatenliste. Und dann muss man halt einfach schauen. Also ich denke mal so, zum Beispiel 1 Andrestondiol habe ich da jetzt gesehen. Da gibt es zum Beispiel 19 davon. Das ist so ein orales Steroid. Das weiß ich dann nicht. Tatsächlich kann ich jetzt hier nicht sicher Auskunft geben, wann ist man jetzt dann in der Strafbarkeit oder nicht. Aber wenn man sich dann beraten ließe von einem Anwalt seines Vertrauens und geht dann hin und sagt so, also darf ich mir das jetzt bestellen? Und er sagt einem, ja okay, das fällt nicht drunter. Dann ist man tatsächlich straflos, weil man hat es sich dann auch bescheinigen lassen und ist dann sogar im Verbotsirrtum eigentlich ziemlich sicher drin. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt relativ am Ende. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du geklärt haben wissen wolltest? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich da vielleicht dem einen oder anderen so aus der Seele spreche oder frage. Ich kann es ja aus meinem eigenen Leben erzählen, wie das war. Also ich habe mit dem Sport angefangen, zwei Jahre von mir her trainiert und dann wurde die Geschichte immer ernster und ich wollte immer besser werden und konkurrenzfähig. Und ich war zu dem Zeitpunkt ein absoluter Gegner von Alkohol, Drogen oder sonst was. Und ich stand auch hinter meiner Einstellung, wollte aber in diesem Sport Erfolg haben. Und ich hatte damals einen Kumpel aus dem Fitnessstudio, der Erfahrung hatte, sowohl mit dem Konsum mit Steroiden als auch auf der Wettkampfbühne. Und der meinte, Markus, hör zu, wenn du mithalten möchtest und wenn du an die Spitze möchtest, sei es in Deutschland oder in die Weltspitze, dann kommst du da nicht drum herum. Und dann stehst du vor der Entscheidung, ja, mache ich das jetzt? Weil ich bin nicht konkurrenzfähig, wenn ich nicht mitspiele. Oder lasse ich es und lasse mein Traum halt Traum sein. Und ich habe mich halt damals dazu entschieden, das zu machen und habe mich da, ich war ab 22, 21, gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt ist die Frage, was würde ein Anwalt einem Menschen wie mir, der gerade in der Situation sich befindet und unschlüssig ist, aufgrund der Rechtslage, möchte er mit dem Stoff nicht anfangen, weil er möchte sich mit dem Gesetz nicht in Konflikt treten. Das ist gar nicht mein Interesse. Ich will doch nur meinen Sport machen, so wie ich ihn machen möchte. Ich lebe in einem Land, wo ich dachte, ich bin frei und kann über mich selbst frei verfügen. Und dann kommt aber der Staat mit solchen Gesetzen, um mich zu schützen, was es mir eigentlich unmöglich macht, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, diesen Sport so zu betreiben, wie ich es möchte. Was soll ich da tun? Das Problem ist halt, es ist eigentlich jetzt nichts komplett Neues. Wir haben den Staat ja auch erlebt in Pandemiezeiten. Also die Zeiten sind, glaube ich, eh vorbei. mit, ich würde gern machen, was ich will und lasse mich in Ruhe, sondern daran müssen wir uns, was heißt gewöhnen, aber man muss mit der Bedrohungslage staatlicher, strafrechtlicher Verfolgung leben. Es ist so, ich weiß gar nicht, im Bodybuilding, es ist ja jetzt nicht so, ich habe zum Beispiel einen Fall gefunden von einem Profiboxer, der wird verurteilt, aber das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte, also das ist auch wirklich der Zweck des Gesetzes in bestimmten Sportarten, dass die sich nicht rechtswidrig einen Vorteil verschaffen sollen. Der eine Boxer trainiert ehrlich, der andere schmeißt sich ordentlich Doping und im Trainingslager, so war das bei diesem Herrn Sturm, Landsmann von mir anscheinend, aus Bosnien, und der hat in einem Trainingslager in Österreich eben dann für ein paar Wochen eine bestimmte Substanz genommen, eine hochwirksame, hat ein bisschen Muskeln aufgebaut und dann ging es darum, ausschleichen sozusagen, wieder auf sein Gewicht kommen, 76 Kilo, musste 12 Kilo abnehmen und hat den Kampf dann auch gewonnen und danach Urinprobe abgegeben und dann war die spannende Frage, diese geringen, das waren dann wirklich wenig noch drin, diese Milligramm, ob das jetzt von Doping kam oder vielleicht aus irgendeinem Whey-Protein, ich glaube, so haben seine Anwälte versucht zu verteidigen, aber das ist, der hat eine fette Strafe bekommen, der hat eine fette Strafe bekommen und ich weiß nicht, weil es sich einen Vorteil erschafft hat. Ja, das steht halt auch in diesem Gesetz drin, das ist halt nochmal Wettbewerbsdoping. Da habe ich nochmal eine Frage, genau, wenn ich jetzt reiner Hobbyathlet bin, niemals eine Wettkampfbühne besucht habe oder besuchen werde, kommt dann das Anti-Doping-Gesetz für mich überhaupt eine Frage? Ja, weil davon, darüber haben wir doch gesprochen, das habe ich am Anfang versucht, zu erklären, das Gesetz ist so aufgebaut, als würde es um Wettbewerb und Sport gehen, aber tatsächlich, wenn man in diesen Paragraf 2, Absatz 3 geht, nicht geringe Menge beim Menschen im Sport. Du bist so automatisch dabei? Das steht auch so in der Gesetzesbegründung, es geht hier nicht um Profi-Bodybuilding, sondern egal wo und es geht sogar so weit, also ich habe ja vorhin von Ausnahmen gesprochen, es ist ja auch zum Beispiel denkbar, dass ein Student zur Leistungssteigerung glaubt nicht, dass Studenten sowas nicht machen würden, also die missbrauchen auch Ritalin und was weiß ich was und die könnten ja auch auf Anabolesteroide jetzt kommen, weil sie dann vielleicht auch weniger Schlaf brauchen, das ist auch durchaus möglich, dass die sowas nehmen. Dann wären die ja eigentlich auch nicht, das ist ja nicht Sport, wenn jemand Medizin studiert und doped, aber dann hat man halt diese Richter, die dann einen fragen, ja sind denn die Muskeln auch gewachsen und haben sie das dann auch gut gefunden und dann ist man wieder so in einem Bereich, wo es gefährlich wird, aber streng genommen kann man es hinkriegen, dass man sich halt da nicht strafbar gemacht hat, tendenziell jeder, der ein Rezept hat, hat bessere Chancen, es wird wahrscheinlich immer unwahrscheinlicher, solche Rezepte zu bekommen, aber es ist einfacher. Zu deiner jetzt eingangs gestellten Frage, warum lässt mich der Staat nicht einfach mein Bodybuilding machen, da gilt halt einfach das Verbot des Besitzes, ja, also es wird hier niemanden geben, es wird ja niemand beiseite springen und sagen, lass den Markus doch mal machen, ja, also ich habe es ja erzählt, bevor das Gesetz kam, gab es ein paar Stimmen, Professoren, die so, nö, Handlungsfreiheit, sollen die Leute machen, sobald der Gesetzgeber da in eine Richtung marschiert ist, gibt es da eigentlich auch keine Widerstände, also mir ist auch keine große Organisation bekannt, die jetzt vehement dafür eintritt, dass Bodybuilder stoffen dürfen, da gibt es einfach keine Lobby dafür, aber es ist eigentlich möglich, weil, was ist dein Gefühl, wie viele Leute stoffen eigentlich in Deutschland? ich glaube, es ist einfach zu sagen, wer stofft nicht, also mittlerweile, das ist wirklich so, als ich noch angefangen habe, da war, das ist eine sehr überschaubare Menge von den Leuten, die im Fitnessstudio sind und ich würde auch sagen, dass auch das Alter sich stark nach unten verrutscht, statt verschoben hat, dass die Leute immer jünger werden und da sehe ich dann schon tatsächlich irgendwo Handlungsbedarf, weil ein 16-, 17-Jähriger sich mit der Einnahme von Steroiden echt alles kaputt machen kann. Die sind nicht ausgereift, das hormonelle System ist noch gar nicht ausgereift und wenn der, wer da eingreift, der kann sich langfristig sehr großen Schaden zufügen. Ja gut, aber da würde ich jetzt mal, einfach mal die Gegenposition einnehmen und dagegen argumentieren, weil ich kriege ja mit, wie hier die Werbetrommel gerührt wird vom Staat für Transsexualität, wie es immer mehr Aufklärung in Kindergärten und sonst wo hat. Also in Wien geht es gerade richtig ab mit Drag-Queen-Shows, die Kinder sollen verunsichert werden. Es gibt Mütter, die kein Problem damit haben, ihr Kind umoperieren zu lassen, weil es mit zwölf sagt, ich bin eigentlich gar kein Mädel, ich will eigentlich da unten was hängen haben und dann gibt es genug Ärzte, die dann sagen, ja, hormonell können wir da einiges nachhelfen und da gibt es jetzt keinen Gesetzgeber, der dem Einhalt gebietet, wobei es, glaube ich, auch schon andiskutiert wurde, weil es einfach heftig ist. Das sind körperliche Eingriffe, um operieren, widerlich. Das könnt ihr euch mal googeln, wie sowas aussieht, wenn der Frau da so, da werden hier richtige Fleischstücke abgeschnitten, das ist ein halb amputierter Arm und da wird dann was zusammengebaut für unten, damit die sich einbilden kann, ein Mann zu sein. Und sowas, solche hormonellen Eingriffe sind möglich, die werden auch gemacht und du als Bodybuilder darfst halt nicht stoffen, weil, ja, weiß man nicht. Offiziell, offiziell ist ja die Erklärung, die Begründung, nicht geringe Menge heißt, es ist die Gefahr, dass man es weitergibt. Und das stimmt halt nicht. Also die meisten, die halt nicht geringe Mengen zu Hause haben, die haben es für ihren Eigenkonsum. Das ist auch wieder so wirklich eine lustige Geschichte. Wenn man sich, wenn man so die Leute fragt auf der Straße, wie stellt ihr euch den typischen Steroid-Händler vor oder Dealer, dann würden die mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ja hier, der muss so aussehen, ist ja klar, der macht das. Ich kann dir aber sagen, jemand, der aussieht wie ich, der wird einen Scheiß versuchen, um damit sich zu bereichern. Denn dass ich irgendwo auf einer Liste stehe oder dass die Polizei nur darauf warte, dass ich so einen Fehler mache, ist ja wohl klar. Außerdem ist es mittlerweile so einfach geworden, an den Scheiß ranzukommen, ohne Kontakt mit irgendjemandem aufnehmen zu müssen, über das Internet, über das Darknet, dass es diese Dealer, diese typischen Dealer eigentlich gar nicht mehr gibt. Es sind zwei, drei, vier Mausklicks, vielleicht doch eine Kryptowährung bezahlt, kaum nachweisbar. Das Problem ist dann nur, wenn es nach Hause kommt, kann es halt sein, dass du nicht das Paket entgegennimmst und niemand anders. Und da hast du die Möglichkeit. Ja, ich denke, wir haben schon einen ganz schönen Überblick jetzt den Leuten verschaffen können. Fast hätte ich es vergessen. Großer Dank geht noch an meinen Kollegen, Rechtsanwalt Mike Bunzel. Mit dem habe ich gestern noch telefoniert und mich so ein bisschen auch abgestimmt. Der hat selber auch schon einen Podcast gemacht bei Gannikus. Können wir alles hier verlinken. Sehr erfolgreicher Strafrechtler. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen erfolgreicher sogar als ich, aber den wollte ich auf jeden Fall auch erwähnen. Abonniert auch seinen Kanal, abonniert Markus' Kanal und meinen auch und freut euch auf die nächste Sendung. Schönen Gruß aus Freiburg. Wir gehen noch pumpen. Ja.